Musik Bei Self Leadership geht es um uns selbst, um uns als Führungskräfte. Wir haben in diesem Buch diese Entwicklung als Führungskraft entlang der liegenden Acht in Form Geist, Herz, Bewegung und Formquadranten gestaltet. Wir haben in diesem Buch Übungen konstruiert, Übungen aufgelegt, die in Arbeitsblättern abzuarbeiten sind, zu dem Thema Das große Bild und MyDaily. Musik